Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Aufwand anders. Heute mit Hampi. Der hat mich gebeten, mein Maßband mitzunehmen. Er wollte irgendwas vergleichen. Was hat es damit auf sich? Wir wollten heute mal die Höhe vom Luftfahrwerk, die Dachkantenhöhe unseren Followern mitteilen, welche, wenn wir irgendwo im Fahrwerk, im Luftfahrwerk unterwegs sind und welche Einstellungen wir welche Dachkantenhöhe haben im Prinzip. Dass man weiß, ob man hier durchfahren kann oder nicht. Also nicht so wie ich meistens. Du probierst ja überall durchzukommen. Wir haben jetzt ein Cabrio, naja. Ja, das werden wir gleich messen. Ich bin gespannt. Wir haben Feuer frei. Was hast du jetzt vor? Wir fahren jetzt mal eine Runde und dann werden wir euch zeigen, im Prinzip in welcher Fahrstufe. Ja, jetzt sind wir im Aufruhrmodus 2. Also die höchste Stufe, die wir erreichen können. Weil die ganzen Sachen sind auch geschwindigkeitsabhängig. Dass man einfach mal sieht, wo sich das Fahrzeug in welcher Geschwindigkeit aufhält. Wir fahren mit der höchsten Stufe los und dann werden wir sehen, dass er halt automatisch sich der Geschwindigkeit anpasst, anpasst oder anpisst. Im englischen sagt man anpasst. Es ist sehr bilingual alles. So, und zwar haben wir Aufruhrmodus 2 noch. Wir müssten jetzt gleich darauf hingewiesen werden, da steht es jetzt im Display zum Beispiel drin. Ja, wenn wir jetzt eine längere Zeit über 30 fahren, geht er automatisch erstmal runter in Offruhrmodus 1, da sie automatisch runtergefahren. Sehen wir hier schön an der Anzeige nochmal. Jetzt fahren wir mal ein bisschen über 60. Bei 60 ist die nächste Stufe. Wo er dann automatisch, wenn wir jetzt länger fahren würden, warte mal ein bisschen Gas. Ingewiesen hat er uns schon. Ah, jetzt. Bei 80. Ja, so bei 80 dann fängt er an. Bei 60 kam die Warnung, bei 80 geht er runter. Ist halt auch noch so, wenn das Fahrzeug dann dementsprechend die Fahrmodus angepasst hat, jetzt zum Beispiel diesen normalen Fahrmodus, wenn wir dann langsamer werden, weil wir jetzt gerade sind, pumpt er sich nicht wieder hoch. Also die können wir dann nur noch manuell wieder machen, dass er sich im Prinzip wieder anlüftet. Ja. Aber es ist auch möglich im Offruhr 1 oder Offruhr 2 100 zu fahren? Nein. Ne. Okay. Wir erreichen gleich die 100. Wir haben die 100. 103. Es ändert sich noch nicht. Oh, jetzt. Bei 110. So ab 100. Zwischen 100 und 110 geht er dann im Prinzip, senkt er vorne nochmal die Nase ab, dann. Okay. Wie schnell muss ich fahren um den letzten Punkt? Was ist denn Highspeed? Der letzte Punkt unten ist tatsächlich nur zum einfachen Beladen und zum Ausstieg. Also der ist auch beschwindigkeitsbegrenzt. Da können wir gleich mal anhalten und fahren den unteren Punkt, wenn wir sehen, dass er sich dann anlüftet wieder. Okay. Ja. Jetzt kommen wir mal unter 100. Hier zwischen den beiden würde er jetzt wechseln. So. Ja, siehst du? Ja, wie gesagt, man längere Zeit unter 100 bleibt dann irgendwie und im Stadtverkehr wieder ist dann fährt er automatisch wieder, zumindest in den normalen Modus. Tiefste Einstellung zum Beladen, einfachen Einstieg. Diese Position würden wir auch über den Schlüssel erreichen. Ja, Auto hoch abgestellt. Wenn man er drückt, lässt er sich da auch in diese Position da noch ab. Wir fahren jetzt mal los. Das haben wir schon, dass er sich schleift. So. Und dann würde er auch sich jetzt schon, ja. Ja, hochpumpen. Ab 30, wenn wir über 30 kmh, kommt er sich wieder hoch, geht dann in den Aero-Modus. Also es ist auch beschwindigkeitsbegrenzt. Lässt sich halt nicht höhere Geschwindigkeiten mitfahren. Wenn Jan das heute noch schaffen sollte, hier das Maßband da festzubekommen, könnten wir jetzt auch die Höhe ermitteln vom Auto im Off-Pfurt-Modus 2. Höchste Position heißt maximale Dachkantenhöhe. Müsst die unterste, unten. Tja, Dennis, was würdest du sagen? 2,02 m? Oder 2,02 m? Ja. Die untere Kante, ja? Ja. Okay. Na ja. Lesergenau, sage ich euch. Lesergenau. Wir haben auch Fachpersonal mit der perfekten Technik. Ja, fast 2 m. Gut, dann machen wir Aufrufmodus 1. So mit unserem präzisen Maßwerkzeug. Wenn Jan das wieder hingekriegt hat, dann sind wir jetzt im Off-Pfurt-Modus 1. Sind wir bei 1,99, also, naja, sagen wir mal so zwischen 1,99 und 2 m. Also über 3 cm tiefer bloß, ja? Ja. Ungefähr. Okay, halt klar. Ja? So, dann nächste. So, Jan. So. Dann kommen wir jetzt zur normalen Fahrhöhe. Ich habe die Präzisionswaage hier raufgelegt jetzt so. Ja, bei 1,97, 5, 1,98 so. Ja? Ja. Ja. Okay. Nehmen wir mal den Aero-Modus. So, Jan. Ja, 1,95, 1,6, 1,95, würde ich sagen. Ja? Ja. Ja. Okay. So, jetzt haben wir die tiefste Position vom Auto. Luftbalken sind leer. Und Jan sagt... Na, so 1,92, 1,92, 5. Ja? Also haben wir zwischen oben und unten ungefähr 10 cm, die wir mit Fahrzeug in verschiedene Höhe bringen können. Ja, dann komme ich ins Parkhaus bei 2,10 oft, oder? Du kommst nur bei 2,20, aber nur einmal. Gut. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Ja, es war ja ziemlich interessant, ne, mit der Luftfederung. Spannend, richtig spannend. Ja? Ja. Ich auch die ganze Zeit so. Wird er es schaffen? Ja. Ja, es ist wirklich 5 Modi. 5 Modis. Wir haben 10 cm von unten bis oben, ja. Dann vielleicht haben wir ein paar Leuten wieder ein paar Fragen beantwortet, ja. Dass wir wissen, ob die Carport, ob die Tiefgarage, ob die Garage ausreicht, um reinzufahren. Wie gesagt, passend tut er immer. Ja, nicht mit Schwung. Ja, auch, glaube ich, ganz interessant gewesen mit den Geschwindigkeiten, wann die die hoch- und runterschalten. Ja, das ist auch nochmal eine Schicht genau. Ja. So, und wie ist denn der Stand der Dinge bei einem Truck oder einem Ram ohne Luftfederung? Das messen wir jetzt nochmal aus, dass wir zum Abschluss nochmal eben mit einem starren Fahrwerk nehmen, ja, dass wir sehen, wo da die Höhe liegt. So, messen wir, Jan. So, hier haben wir jetzt ein Auto ohne Luftfederung. Da haben wir eine Höhe von, Jan? So, von jetzt 1,97,5. 1,97,5 ohne Luftfederung. Jetzt ist der Bescheid. Also knapp unter 2 Meter. Perfekt. Perfekt. So, Bayern. War sehr schön mit Ihnen, danke. Ja. 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 Vielen Dank.